Die letzten Wochen konntet ihr in der Zeitung unsere Serie Mut zum Kreuz verfolgen. Hier in der Hand halte ich ein Beispiel und hier hinter mir seht ihr das Foto schon einmal im Groß. Alle Fotos sind auf Burg den Klage ausgestellt und diese Ausstellung zeige ich euch jetzt. Schwester Ulrike, wir befinden uns hier im Backhaus und hinter uns hängt das Foto von Ihnen. Was ist das für ein Gefühl, sich selbst hier so lebensgroß zu sehen? Es ist schon etwas seltsam, das muss ich schon sagen. Also so unmittelbar auch dem Betrachter, der Betrachterin ausgesetzt zu sein als Bild, ist schon eine recht neue Erfahrung. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dieses Bild zu sehen, mag es auch inzwischen durchaus. Am Anfang war ich schon ein bisschen huch. Es ist ja überlebensgroß, so dass ich mir selber hier in einer ganz anderen Größe begegne. Das ist alles ein bisschen fremd, aber ich kann mich daran gewöhnen. Ist es das erste Mal für Burg den Klage, dass hier so eine Ausstellung stattfindet? In dieser Weise ja. Dass jetzt hier auf dem Gelände, auf dem ganzen Gelände 36 Bilder verteilt sind, das ist tatsächlich neu. Und dass sie so prägend sind. Also wenn man hier herumläuft, ob an der Burgkapelle angebracht oder hier am Backhaus oder vor den Remisen oder selbst im Café. Also die sind tatsächlich im Moment ein sehr prägendes Element für den ganzen Burgbereich. Welche Geschichte hat euch denn am besten gefallen? Wer das noch nicht ganz genau weiß, der kann sich hier noch bis zum 15.11. einen Überblick holen.